einsteiger vollformat kameras probleme bei adobe und das feature der woche natürlich und zum ende auch noch einen tollen filmtipp heute gibt es eine neue folge von silvius woche und ich habe eine ganze menge informationen für dich aufbereitet und ich würde sagen wir fangen sofort an punkt nummer eins ist panasonic und zwar wird die lumix s5 vorgestellt als die einsteiger vollformat kamera aus dieser reihe sie soll um die 2000 euro kosten und sie wird einen 24 megapixel sensor haben und kleiner und leichter sein als die gh5 also für alle gh5 besitzer die schon immer mit vollformat geliebäugelt haben die haben jetzt die möglichkeit zu überlegen ist es was für sie oder auch nicht auf jeden fall sie kleiner und leichter und das ist bei wandertouren das habe ich schon öfter in meinen videos gesagt sehr oft das thema das heißt also wenn dich die kamera interessiert hör genau hin es gibt 4k 60 fps 4k hdr staub und spritzwasserschutz sowieso bei lumix fünf achsen bildstabilisator es gibt kein schulterdisplay darauf musste verzichten es gibt das aufladen über usb c wenn du möchtest externes ladegerät gibt sowieso mit dazu und der akku reicht für circa 470 bilder wenn du an einem tag unterwegs bist bei einer wanderung nimmst zwei akkus mit solltest du auf jeden fall durch den tag kommen du hast natürlich ein dreh und schwenkbares display das heißt wenn du dich selbst filmen möchtest im vlog style oder wenn du dich selbst fotografieren möchtest dann kannst du das wunderbar mit dieser kamera machen du brauchst dann keine smartphone verbindung sondern kannst das display ausklappen und siehst dich und siehst das was du im bild dann hast vollformat einsteigerkameras gibt es natürlich seit vielen jahren am markt da hat nikon jetzt die z5 rausgebracht die soll um die 1600 euro kosten die canon eos r6 soll 2600 euro jetzt immer noch aktuell kosten das ist eine ganze menge für eine einsteigerkamera wenn du das vergleich mit der lumix s5 die dann circa 2000 euro kosten soll da musst du dir überlegen was du machen möchtest was du brauchst objektive sind auch wieder so ein thema dann solltest du dir auf jeden fall die preise mal genau anschauen nikon hat ja auch noch die z6 am markt die um die 1600 euro ungefähr neu kostet das heißt die nimmt sich mit z5 nichts da würde ich auf jeden fall noch mal hinschauen was es dann lohnt etwas weniger lohnt er dobi hat probleme mit der lightroom mobile version jetzt gerade zugegeben also sie sagen nach langem hin und her ist es dann doch so dass die lightroom mobile version 5.4.0 sehr wahrscheinlich bilder verliert bei dir das heißt bilder werden automatisch gelöscht es können presets zweck sein und 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 also wenn du diese version benutzt empfehle ich dir die bilder oder einstellungen was auch immer noch mal extra zu sichern vielleicht zu hause auf dem rechner oder auf dem laptop und auf einer externen festplatte ich würde es jetzt nicht unbedingt wenn du jetzt viel lightroom mobile nutzt nur darauf setzen ich nutze es selbst auch viel aber hauptsächlich zu hause an meinem rechner das heißt wenn du viel unterwegs arbeitest würde ich dir empfehlen er mit einem laptop zu arbeiten solange dieses problem besteht es gab jetzt ein aktuelles update vor kurzem das hat das problem nicht behoben das heißt schau mal nach ob du das problem hast ob alle bilder und einstellungen da sind die film empfehlung der woche ist für mich ganz klar der film chasing coral das ist eine netflix original dokumentation in diesem film geht es darum zu zeigen wie krank doch mittlerweile die korallenriffe auf der welt sind und das ist ein sehr interessanter film hat mich auch sehr berührt also wenn du dich für das thema naturschutz und umweltbewusstsein interessiert schau dir den film unbedingt an ich verlinke mal die webseite von dem film unter diesem video dann kannst du mal draufklicken in dem film geht es nicht nur um das sterben der korallenriffe sondern auch wie das ganze dokumentiert wurde wie sozusagen weltweit sich vernetzwerkt wurde und wie mit zeitraffer aufnahmen auch interessant und spannend für foto und videografen das ganze umgesetzt wurde ist eine sehr interessante story schaust dir heute unbedingt mal an kommen wir zum feature der woche unter dem hashtag silviuswoche kannst du bei instagram deine beiträge taggen und ich sehe das dann wenn du das gemacht hast und daraus wähle ich dann das feature für meine videos hier aus das heißt wenn du lust hast hier mal gezeigt zu werden mit einem bild oder mit einem profil dann vertecke auf jeden fall den hashtag silviuswoche bei instagram und ich werde bestimmt auch dich dann hier mal zeigen heute habe ich beim post den albi rausgesucht albi 86 il er ist auch aus thüringen und ein toller fotograf und er hat hier ein foto gepostet aus der innenstadt von erfurt wie die straßen man quasi durch das bild fährt und der ein oder andere erfurter wird vielleicht diese ecke kennen ich finde es ist gar nicht so einfach das zu fotografieren denn du musst quasi den moment abwarten wo die straßen man durchfährt verschwommen im bild ist aber noch sichtbar das ist ein bisschen die kleine herausforderung hat er toll gemacht ich finde das bild echt toll vor allen dingen da du wenn du rein zooms auch noch siehst dass das ganze beim presseclub entstanden ist also du erkennst die schrift von der location im hintergrund und du siehst die szenerie mit der straßenbahn finde ich sehr toll glückwunsch an dich für dieses tolle bild und die profile empfehlung wäre von mir an dich das profil von julia donkel schau dir das mal an sie hat ein profil wo du eine ganze menge landschaftsfotos aber auch im mix zu portraits findest das meiste ist vor allen dingen in den bergen entstanden und ich finde es sehr gelungen ich finde die foto sehr stimmig schau bei ihr vorbei und lass dich ein bisschen von den fotos inspirieren da kann auf jeden fall der ein oder andere ein bisschen support da lassen ja wenn du gerne gefütet werden möchtest dann setzt einfach den hashtag silviuswoche unter deine beiträge bei instagram und dann picke ich mir die beiträge raus für die videos und dann kannst du vielleicht mit etwas glück in den folgenden videos auch deine fotos oder dein profil hier bei mir sehen soweit meine news für dich von dieser woche wenn du ideen hast was ich vielleicht mit aufgreifen sollte schreibt mir das unter dieses video oder schick mir eine nachricht wenn du ideen generell hast was vielleicht noch wichtig für die community wäre schreibt mir auch unter dieses video ich freue mich über jeden beitrag denn ich habe mitbekommen euch gefällt dieses format ziemlich gut das heißt ich werde es auf jeden fall weitermachen und ich bin gespannt was da noch entsteht und welche ideen du mit reinbringst also vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal heute gibt es eine neue folge von silviuswoche und ich habe gleich eine ganze menge feature heute gibt es eine neue folge heute gibt es eine neue folge von silviuswoche und heute habe ich wieder eine ganze menge information heute gibt es wieder eine neue folge von silviuswoche und ich hoffe du hast lust darauf neue informationen aus dem fotografiewesen zu erfahren heute gibt es eine neue folge von silviuswoche und ja ja ja